Drei Dinge, die vom Diensteintritt unterschätzt werden. Erstens, körperliche Fitness. Du solltest definitiv vor deinem Diensteintritt bereits viel Sport machen und dich vernünftig darauf vorbereiten. Am besten mit eigenem Körpergewicht, viel Laufen gehen, Calisthenics, Ringtraining, was auch immer. Und nicht nur einfach schon ins Fitnessstudio gehen, um zu pumpen. Zweitens, Duschhaltevermögen. Gewöhn dir jetzt schon mal an, mit Drucksituationen umzugehen. Du kannst damit jetzt schon mal klein anfangen, kalt duschen zu gehen, früher aufzustehen, mal weg von zu Hause zu kommen für zwei, drei, vier, fünf Tage, um irgendwo anders zu schlafen, damit du nicht in den ersten Tagen deine Mutti vermisst oder deinen Hamster, damit du mal klarkommst. Drittens, das Sozialverhalten. Und zwar lerne, mit anderen Menschen klar zu kommen. Versuch nicht, den Einsiedler Krebs zu machen und selbst nur auf Hilfe zu hoffen, sondern fang an, andere zu unterstützen, weil es geht nicht allein um dich, sondern dass ihr als Gruppe gemeinsam vorwärtskommt. Dies waren...